Ja, liebe Freunde, willkommen zurück. Nächster Part in Genua und ja, heute bin ich richtig schön vorbereitet, zumindest vom Outfit her. Weiß nicht, ob man es gut sieht, aber diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die haben es eh schon gesehen, da habe ich es schon gepostet, habe ich mir bestellt, um das Ganze einfach noch authentischer und schöner zu machen und ja, das werde ich jetzt durchschwitzen ohne Ende, während wir hier versuchen, fußballerisch erfolgreich zu sein. Im Moment ist zumindest der Start in unserer Karriere hier in Genua ja relativ gut gelaufen, gut geglückt. Das Problem ist halt jetzt einfach, diese Serie oder generell eine Serie zu starten, diese Form fortzuführen und bis zum Ende der Saison einfach so viele Punkte wie möglich zu holen. Ich habe jetzt nur kurz, weil deswegen habe ich es hinten im Hintergrund offen, ich habe hier mal kurz aufgemacht, weil mir gerade eingefallen ist, dass wir ja eigentlich Playoffs haben. Das heißt, rein theoretisch, man sieht hier, es könnte sein, dass der achte Platz reicht für die Playoffs, denn es kommt zu Playoffs, wenn weniger als 15 Punkte zwischen dritten und vierten liegen. Das heißt, wenn es mehr als 15 Punkte sind, wenn der dritte so stark ist oder die ersten drei, dann darf der dritte auch direkt aufsteigen. Wenn weniger als 15 Punkte dazwischen liegen, dann hat man die Situation, dass es zu Playoffs kommt. Und jetzt schauen wir auf die Tabelle. Wir haben 40 Punkte auf Platz 9. Wir sind nur vier Punkte quasi hinter diesem Playoffplatz. Wir sehen in der Tabelle, ein dritter ist nicht sonderlich souverän unterwegs. Rein theoretisch, rein rechnerisch geht es sich auch aus, dass wir sogar noch dritter werden. Und dadurch könnt es theoretisch wirklich eintreifen in diesem Jahr, dass wir sogar noch um den Aufstieg mitspielen. Das ist ganz interessant. An das habe ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Mein Gedanke war sowieso immer jetzt, diese Mannschaft schon langsam mal so herrichten, wie sie uns passt und dann im nächsten Jahr angreifen. Tabelle, Mittelfeld, Platz als Ziel passt eh richtig gut. Aber das sollten wir zumindest im Hinterkopf behalten, dass uns nur vier Punkte fehlen, um in dieses Playoff einzuziehen. Und wenn es uns gelingt, eine kleine Serie zu starten, dann wäre das natürlich optimal. So, zum Thema Taktik noch kurz. Da habt ihr geschrieben, dass Noah Lemina, oder jemand von euch hat geschrieben, dass Lemina nicht stark genug ist und dass ich eher so eine Tannenbaum-Formation spielen soll. Das heißt, mit zwei Zähnen hinter dem Stürmer. So spielen sie anscheinend auch in echt, glaube ich. Hat zumindest jemand geschrieben, wenn ich es jetzt nicht verwechsel. Aber, ja, wäre grundsätzlich auf jeden Fall natürlich eine Variante. Ich werde nur jetzt die Taktik nach dem ersten Spiel nicht schon wieder umbauen. Aber kann man auf jeden Fall irgendwie noch im Hinterkopf behalten. So, ich würde sagen, wir werden genauso spielen, wie wir zuletzt gespielt haben. Dann haben wir ja glücklicherweise hier wieder eine Woche Pause, wo es ganz angenehm wird. Weil wir ja doch hier einige müde Spieler haben. Und, ja, legen wir einfach los, würde ich sagen. Wir lassen das jetzt einfach mal auf uns zukommen. Wir haben immerhin zuvor gegen Como gewonnen, die auf Platz 3 sind. Das heißt, da hat, oder waren, da hat man schon gesehen, dass in dieser Mannschaft durchaus Potenzial steckt. Auch wenn sie gerade in der Breite nicht so gut besetzt sind. Und jetzt müssen wir halt schauen. Ja, ist so schön, dass wir da dann das Ruder rumgerissen haben. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir da irgendwie fortsetzen, dass wir da dranbleiben. Wird eh schwierig genug. Irgendwann wird diese Serie dann, wenn es uns gelingt, eine zu starten, wird die auch irgendwie irgendwann wieder mal reißen. Aber vollkommen egal. Wichtig ist jetzt einfach, die Mannschaft kennenzulernen bis zum Sommer. So viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Und, ja, der Rest wird sich dann zeigen. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Villardi. So, Mourou links außen. Mourou mit der Flanke. Und die war schon mal richtig gefährlich. Torwart geht auf Nummer sicher, dritte Minute Ecke. So, die war auch nicht ungefährlich. Lenina kann ich nicht unter Kontrolle bringen, der war aber auch nicht gut gespielt. Am frühen Pressing kommen wir nicht in die Zweikämpfe, stehen da ein bisschen zu weit weg. Der Pauli, super auf Abseits. Spekuliert, das muss ich nur kurz schauen. Wir haben hier umfassende Highlights. Wir gehen wieder auf die erweiterten. Ich wollte es ja nur so im ersten Spiel anschauen. Aber jetzt machen wir die richtigen Highlights, so wie wir sie sonst auch immer haben. So, Einwurf für die Gegner. Den kriegen wir für das Erste geklärt. Und für das Zweite nicht. 0 zu 1. Das müssen wir uns jetzt genauer anschauen, was da passiert ist. Also, hier sehen wir den Einwurf. Hier haben wir grundsätzlich schon zu weit weg. Dann, ja, bis dann ist, versucht ihn hier in Richtung unseres Stürmers zu chippen. Im Endeffekt, wenn er den klärt, muss er ihn richtig rauswuchten. Weil er hat da keinerlei Anspielstationen. Dieses Lauwarme hier so nach vorne chippen in die Mitte, das ist, ganz ehrlich, das ist indiskutabel. Also, der muss hier zum Beispiel in diesem Raum versuchen können. Ich weiß nicht, ob sich das ausgegangen wäre, aber ihn hier zu spielen, das La Jumina, den er läuft zum Beispiel. Das ist richtig doof und ja, der Pauli rückt raus, kommt hier zu spät und durch diese Bewegung und dieses zu spät kommen, geht dann hier dieser Raum auf und ja, Ravalier kann man hier keinen Vorwurf machen. Jetzt kommt es mir gerade, Stankovic hätte wahrscheinlich heute wieder spielen können, aber okay, gut. Der war verletzt, da übertreiben wir es dann einfach nicht, dann spielt er ab nächster Woche. Moro mit der Ecke, Kopfball von Fakou knapp drüber. Das soll man Fakou nennen. Ja, ich nenne die jetzt glaube ich so, wie es im 3D-Spiel steht, sonst wird es für mich selbst einfach zu verwirrend. Benedetti auf Estanis. La Jumina, La Goumina eigentlich, glaube ich, Goumina. Und, boah, guter Versuch von Estanis, knapp daneben, Pedrola. Also, wir sind das klar bessere Team. Bisschen Venedig-Vibes gerade. Der Pauli auf Asgilden. Katastrophaler Einwurf. Sowas nervt mich immer, aber jetzt darf er eh schon die Hand nehmen und trotzdem kommt der Ball genau zum Gegner. Benedetti auf Pedrola wieder. Akku, Gilardi, Lemina. Generell schöner Spielaufbau. Lemina dribbelt sich dann aber fest und so ist der Ball wieder weg. Da holt er ihn sich aber zurück, richtig gut gemacht. In der Mitte wäre La Goumina frei und er bekommt ihn auch 1 zu 1. 34. Minute, schöne Aktion von beiden. Und damit der mehr als verdiente Ausgleich. Gutes Spiel, muss man sagen. Hier sehen wir, wie Lemina das gut antizipiert. Dann ist er wahnsinnig schnell und den Pass bringt er gut rein. Lagoumina mit einer guten Bewegung lässt er den Gegenspieler aufsteigen. Ausgezeichnet. Borini auf De Pauli. Asgilden wieder Borini. Gute Bewegung. Und der Torhüter. Wert zur Ecke. Ecke Lemina. Vielleicht könnte man Lemina's Laie verlängern und die nächste Säure als Backup nehmen, weil ich glaube, dafür wird es schon reichen. Vor allem, wenn er sich noch verbessert. Er ist ja erst 18. Vielleicht kriegt man den günstig geliehen. Das wäre irgendwie schon ganz cool. So Benedetti. Moro. Und Er ist da nicht per Kopf. Sarako zur Ecke. Also wir spielen es richtig gut. Das habe ich in dem Let's Play schon oft gesagt. Das hätte man in Venedig auf Trikots, also so auf Fanshirts drucken können. Genauso wie Eigentlich sind wir die bessere Mannschaft oder irgendwie sowas. Das hat aber noch die Fisch. Das hat er auch noch nicht verstanden. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. verlierende Stürmer, oder? In Venedig, genau. So. Was sagen wir denn? Wir haben die bessere Mannschaft. Macht einfach weiter so und wir werden das schaukeln. Asgilden, ein bisschen müde. Wir sehen hier Borini und Pedrola heute nicht gut. Im Moment würde ich auch mal weitermachen. Aber Esposito werden wir dann bringen, denke ich mal. Den können wir eh theoretisch auf allen Offensivpositionen bringen, was ganz praktisch ist natürlich. Aber heute eben zum Beispiel Lemina, der klarbeste. Da vorne. Mourou mit der Flanke. Torwart geht raus und hat ihn ganz sicher. Leider. So. Mourou mit der Ecke. Und da ist Gilar, die 50. Minute, 2 zu 1 Spiel gedreht. Sowas von verdient. Jetzt mal versuchen sie ein bisschen zu beruhigen. Loben traue ich mich noch nicht, obwohl wir klar die bessere Mannschaft sind. Schön, wie den Gilar die einköpft. Ja, beruhigen hat auch was gebracht. Sehr schön. Ja, schöner Expected Goals-Wert. Gute Ballbesitz-Statistik. Genauso will ich es sehen. Benedetti fängt ihn ab. Asgilden bringt ihn gut unter Kontrolle. Die Ladi rechts raus. Lemina hat da Glück. Die Flanke ist sehr weit, aber Petrola kommt trotzdem zum Kopfball. Jetzt lobe ich sie mal. Ja, das kommt gut an. Lob tut ihnen gut, so wie es aussieht, ja. Der Paoli wieder auf Lemina, der ist unfassbar stark heute. Und der Sarako kann ihn gerade noch irgendwie zur Ecke klären. Nächste richtig gute Chance. Lemina. Mit der Ecke. Benedetti. Wieder Lemina. Weiß nicht, ob das... Ja, das war Absatz. Das hat schon so ausgesehen. So. Ah, da warten wir die Szene noch ab. Wollt grad wechseln. Muru legt ab. Wieder Lemina. Gibt die Ecke. Ich bring jetzt Esposito auf die 10 für den schwachen Borini. Und Asgilden ist müde. Da werden wir den wieder Ronaldo Vieira bringen, würde ich sagen. Wobei, der ist halt kein Baller-Obernder. Girelli auch nicht wirklich. Matteo Ricci. Ja, ich bring ihn sonst für... Also, ich bring sonst mal Ricci rein und gehen auf zentral auf. Ich würde sagen Support. Doppelwechsel jetzt also bei unserer Mannschaft. Muru mit der Ecke. Esposito kommt rein. Der ist, glaube ich, auch recht groß gewachsen. Aber Sarako ohne Probleme. Ja, ein 87 groß. Sprunghöhe 14. So. Gilar, die müde. Benedetti müde. Lemina müde. Pedrola müde. Also, was machen wir als nächstes? Bringen wir sonst den Vieira für Benedetti. Da werden wir die beiden aber tauschen, weil Ricci hat ein super Passspiel. 15. Dann bringen wir... Innen können wir nicht wirklich wechseln. Rechtsaußen würde ich sagen den Ivan Jukic. Und den letzten Wechsel, den werden wir uns dann noch aufsparen für Pedrola. Wahrscheinlich für Pedrola. Ja, der ist richtig müde. Genau, jetzt kommt der Gegner wieder. Vieira kriegt ihn geklärt. Aber wir müssen jetzt gewaltig aufpassen. Zweiter Torschuss vom Gegner, zweites Tor. Ja, täglich grüßt das Murmeltier, würde der Italiener jetzt wahrscheinlich sagen. Also, glaube ich mal. Hier sehen wir die Flanke. Der Pauli klärt ihn wieder nicht zureichend oder ausreichend. Das heißt, wir haben dritter Torschuss was. Wieder zwei Tore kassiert mit einem Expected Goalswert von 0,32. So, 95. Der Espositor mit der Flanke, die ist nicht gut. Das Gute ist, dass ein X hier schon mehr ist, als die Mannschaft vor uns die letzten fünf Spiele geholt hat. Heute haben wir Pech gehabt. Wir halten uns jetzt nicht zu sehr damit auf. Wir haben im Endeffekt einen Punkt aufgeholt auf diese Playoffs. Das ist das Wichtigste. Auch wenn das natürlich wieder mal richtig kacke ist. Gut. Das heißt, die Jungs kriegen jetzt eine Pause. Stankovic darf dann natürlich das nächste Spiel ins Tor rücken. Und dann schauen wir jetzt. Oh, 3. März. Happy Birthday to me. Dann schauen wir jetzt, dass wir uns gut erholen diese Woche. Wir haben ein soziales Engagement drin für den Teamgeist. Wir haben die Spielanalyse drin, damit die Taktik ein bisschen vertrauter wird. Und dann schauen wir weiter. So, wir haben jede Menge Scout-Berichte. Die gehen wir kurz durch. Felix Bacher. Bei dem läuft ja der Vertrag aus. Wird nicht so wirklich empfohlen. Deswegen würde ich mal sagen, schauen wir da nicht weiter. Steinwender. Zwei Minus. Schon ein bisschen stärker. Wobei die Fähigkeiten finde ich überhaupt nicht stark. Wenn man den jetzt mit Facundo González vergleicht, hat der überhaupt keine Chance. Cedric Quibre. Oder, ja, Quibre. Finde ich relativ gut. Auch ein guter Passwert. Gute Zielstrebigkeit. Den kann man sich anschauen. Wobei, er verdient sie immer nur 1.000. Das könnte teuer werden. Aber scouten wir ihn mal. Dann, der ist nicht gut. Marco Pertini. Oder Pertini, so. Der ist eh auf der Auswahlliste. Den scouten wir mal voll. Dann, Mahamadou Sarr. Wir brauchen ja einen Torhüter. Wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr. 27-jähriger Senegalese von Cremonese. Ich hätte gern was Stärkeres, muss ich sagen. Aber wir können ihn mal fertig anschauen. Giacomo Ricci. 27-jähriger Italiener kann man sich auch anschauen. Dann haben wir Antonio Vergara. Der sieht sehr spannend aus. Geliehen von Napoli. Das sind ja, glaube ich, alles Jungs, bei denen die Verträge auslaufen. Davide Barosi haben wir uns überlegt. Also Ersatzkipper Zielstrebigkeit 2. Ne, das geht nicht. Kiel Skerpen. Genau, der wäre natürlich der Wahnsinn. Auch recht teuer. Verdient 1,2 aktuell. Aber den scouten wir mal voll. Dann Luca Stanga. Nicht gut genug. Winfred Amoa. Auch nicht wirklich gut genug. Luigi Seppe. Da haben wir auch geschaut. Das wäre halt eine sehr erfahrene Lösung mit 32. Sehr erfahren. Aber ihr wisst, was ich meine. Könnte ich mir auch als Ersatzdeuter vorstellen. Wenn der denn mit dem Gehalt einverstanden wäre. 930.000 verdient er aktuell. Ich habe ehrlich gesagt, dass das nichts wird. Aber sonst scouten wir ihn halt mal. Ist ja egal. Da haben wir es. So. Gut. Dann schauen wir weiter. Neues von Stopper. Das wäre Stopper. Matteo Stopper. Ganz praktische, ganz brauchbare Werte. Spiel leider nicht gut genug. Da hören wir mal mit dem Trainer reden. Passt. Er tut es leid. Also vielleicht haben wir Glück. So. Dann schauen wir mal. Die verlieren den Spieler. Also das wird nächstes Jahr richtig spannend. Ich meine, da sind schon ganz interessante Spieler auch dabei. Muss man schon sagen. Aber. Das wird recht chaotisch. Ich meine, das Positive ist. Wir können dann natürlich auch schauen, dass wir einige Spieler abgeben, um dann auch noch damit Geld zu machen. Malanka verletzt. Das ist okay. Aber. Ja. Es ist schon viel. Also. Da bin ich mal echt gespannt. Wie der Kader und das Gehaltsbudget ausschauen, wenn die ganzen Spieler zurückkommen. Da müssen wir massiv umbauen im Sommer. Aber das ist ja das Schöne. Dass wir jetzt genau bei Werbung bei Kaiserslautern ohne Erfolg. Das ist ja das Schöne, dass wir jetzt im Endeffekt diese Zeit einfach haben, die Mannschaft kennenzulernen und nicht zu viel Druck haben. Und uns das in Ruhe anschauen können. Valerio Verde steigt bald ins Training ein. Gut zu wissen, das ist wieder eine Alternative für die Offensive. Könnte man zum Beispiel den Borini auf dem Flügel tun oder so. Uh, und danach haben wir das Spitzenspiel gegen Parma. Das wird richtig interessant. Aktueller Tabellenführer. Parma gegen Samtoria Genoa könnte halt wirklich gut und gerne ein Spieler aus der 1. Liga sein. So, jetzt haben wir endlich ein paar Assistenztrainer. Jetzt müssen wir nochmal schauen, was wir brauchen. Torwartbereich sind wir nicht gut. Technischen Bereich sind wir nicht gut. Defensiv, offensiv bräuchten wir auch ein bisschen was. Aber schauen wir mal auf das Technik. Techniktraining ist da. Da hätten wir 14, aber der zum Beispiel, Loris Beoni, der kann so ziemlich alles. Der war Assistenztrainer bei Juve. Der wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Gehaltserhöhung streichen wir raus. Den Rest kriegt er. So, dann Torwarttraining suchen wir extra noch. Offensiv, defensiv haben wir jetzt noch extra ausgeschrieben. Der schaut auch interessant aus. John O'Shea, wie lustig. Manchester United. Das ist ja spannend. Tja. Also wenn wir den anbieten, der kann sowieso alles. Bis auf Defensive. Da müsste man schauen, dass wir vielleicht in Richtung Defensive noch besser wären. Da wäre zum Beispiel Claude Fichaud. Der war auch Assistenztrainer bei Napoli, so wie es aussieht. Oder Emilio DeLeo. Der war sogar zwei Jahre lang bei uns. Bin ich jetzt irgendwie nicht unsympathisch. Ich würde fast den nehmen hier. streichen wir auch die Gehaltserhöhung bei Aufstieg raus. Und dann werden wir noch einen Torwarttrainer nehmen. Und ich glaube, dann sieht das Trainerteam schon ganz gut aus. So, Stankovic fit. Werri kann sogar 45 Minuten spielen. Matteo Ricci kann ohne Bedenken spielen. So, Stankovic ist jetzt drin. Davor, die letzten sechs Spiele, war der echt nicht gut. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Lagomina habe ich jetzt auch schon überlegt, ob ich den rausnehme. Aber die Sache ist die, dass der jetzt im letzten Spiel getroffen hat. Also da geht es jetzt, hier sieht man, so bergauf, was die Form angeht. Borini gefällt mir im Moment nicht gut. Aber den kannst du halt irgendwie auch nicht rausnehmen. So, wir haben noch genug Zeit in dem Part. Also machen wir das Spiel gegen Ternana Karcho auch noch. In der Hoffnung, dass wir heute wieder ein bisschen mehr Glück haben. So, die sind schlechter in Form sogar. Nicht viel, aber ein bisschen. Spielen mit Fünferkette. Skielbretter haben die. Sonst kenne ich, glaube ich, niemanden so richtig. Muro mit der Flanke, die ist nicht gut. Der Paoli hat ihn. Guter Antritt nach außen. Lagomina und kein Problem für den Torhüter. Dionisi. Lagomina hat ihn. Verliert ihn aber und Stankovic kann den gut zur Ecke klären. Da hat Lagomina nicht gut aufgepasst. Petrola verletzt. Das ist jetzt natürlich Worst Case. Unser wichtigster Spieler. Ich überlege gerade, ob ich den Borini vielleicht nach innen ziehen nehme. Er ist nicht der schnellste. Oder ob wir als Spositor nehmen. Dribbeln kann er. Weitschüsse kann er. Ja, das lassen wir als Spositor nach innen ziehen. Kann man nur hoffen, dass das jetzt nichts Schlimmes ist. Weil das wäre jetzt Worst Case natürlich. Unser stärkster Spieler. So, wir versuchen es jetzt zu ermutigen. Schlechtverteidigt von Giladimuru kann da helfen. Wir sind im zentralen Mittelfeld immer zu weit weg. Das ist das 1 zu 0 für Ternana. Und wir kommen nicht in die Zweikämpfe. Das hat man im letzten Spiel schon gesehen. Das müssen wir uns jetzt unbedingt anschauen. Wir sehen hier Spositor. Das ist jetzt das dritte Tor, das wir in dem Part kriegen, weil wir den Ball irgendwie schlecht direkt zum Gegner klären. Porini versucht hier hinzukommen. Ist zu weit weg. Asking ist hier hinten. Verstehe ich ehrlich gesagt sowieso nicht, warum der nicht näher am Gegner dran ist. Dann ist Benedetti zu weit weg. Und der Laufweg ist super. Der Pass ist super. Das ist dann schwierig zu verteidigen. Die Fehler passieren meiner Meinung nach klar davor. Und das ist natürlich indiskutabel. So, Spositor. Und der Torwart wird zur Ecke. Die Trittmuro. 19. Minute. Geladi bei Kopf und den Pfosten. Da haben wir jetzt wieder Pech. Super geklärt aufs Gelbrett. So können sie gleich mal ein Konter einleiten. Da müssen wir jetzt richtig aufpassen. Corrado. Porini kommt nicht dran. 0 zu 2. Es ist egal, mit wem ich spiele. Es ist verhext, Leute. Es ist sowas von egal. 0 zu 2. Wir spielen den Konter halt einfach so perfekt. Eiskalt zu Ende. Corrado. Hier kommen wir nicht in den Zweikampf. Und hier, Porini steht eigentlich schon im Gegner. Ich weiß nicht, warum der nicht attackiert. Und keiner bei Skalbrett. Aber auch hier wieder Expected Goals. Es wird 0,5 und sie machen 2. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass Offensiv relativ wenig geht, wenn wir unseren Petrola nicht drin haben. Ich meine, gut, im letzten Spiel hat er jetzt nichts gezeigt, aber Porini unsichtbar, seit wir da sind. Oh, Landromina, wie kann man den vergeben? 39. Das muss der Ausgleich sein. So. Ich erwarte von euch eine bessere zweite Halbzeit. Vorne, La Jumina ist halt richtig schlecht unterwegs. Wir könnten nur den Jukic springen, aber der ist halt richtig schwach im Vergleich zu Espositor oder Jumina. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir es jetzt im Moment so. Links hinten Muro könnte man rausnehmen. Da könnte man früh springen, aber es ist noch zu früh. Sehr gut, von Porini. Elimina. Der war auch unsichtbar in der ersten Hälfte. Gute Flank jetzt in dem Fall. Die wieder war auch gut geklärt. Und das Gegenpressing leider erfolglos. Gut, von Muro aufgepasst. So, da wir jetzt echt nicht in die Zweikämpfe kommen, ich würde das Tempo spurweiter runterdrehen und mehr in die Zweikämpfe gehen. Echtes Gefühl, wir sind da viel zu halbherzig. Mir fehlt dieses enger Decken so sehr, dass es in den vergangenen FMs gegeben hat. Ich habe irgendwie echt so das Gefühl, wir stehen immer viel zu weit weg. Und das habe ich eigentlich in den letzten Jahren immer drin gehabt und ich glaube, seit nur zu drei. Seit diesem oder seit dem letzten Jahr ist es nicht mehr drin und das nervt. Das ist unglaublich, oder? Wahnsinn. So, Skjelbred hier rechts raus. Dann sehen wir Zapala. Da ist eben schon mal der Punkt wieder, dass wir nicht in den Zweikampf kommen. Und Ghiladi steigt auch nicht mit hoch. Der kann vom 5-Meter-Eck ungestört köpfen. Das ist unfassbar. Jetzt haben die an Expected Goalswert vorhin wahrscheinlich 0,8 und haben drei Tore gemacht. So, der Pauli. Aber man sieht schon an der Kaderplanung. Also du hast dann echt kaum Möglichkeiten, irgendwie wirklich gut zu wechseln. Also die Qualität der Mannschaft ist... Ja. Wollen wir ein bisschen erschrecken. Der Pauli hier mit dem Fehler. Der Gegner hat den Gegner noch umgeholzt. Fakou mit dem Tackling an den Posten. Das war jetzt eine Riesenchance. Das wird den Expected Goalswert ordentlich nach oben treiben. So, wenn der Gegner nicht wartet auf den verletzten Spieler, dann tun wir es auch nicht. Limina. Was ist denn das für ein Abschluss, Limina? Ach, du Kacke. Jetzt haben sie wenigstens einen besseren Expected Goalswert. Vor allem durch diese Chance jetzt hier noch zum vierten Tor. La Jumina raus. Ich bringe da den Konto, weil... Weil es wurscht ist. Dann nehmen wir den Muro raus. Da bringen wir den Bareka. Dann nehmen wir den Esposito. Da haben wir erst gebracht. Also... Hilft's nix. Ja. Ich überlege gerade noch... Ob ich den Jukic rechts außen bringe. Ich meine... Welcher ist Limina wird da jetzt nicht sein? Heute. Urines Schuss wird geblockt. Jetzt haben wir die gleiche Statistik wie der Gegner. Passt. Bareka, was ist denn das für ein Pass? Was ist denn das für ein Ausflug von Stankovic? Also ganz ehrlich. Und dann liegt er am Boden. Also der kriegt jetzt mal einen Gehaltsentzug. Wobei ich weiß nicht, ob wir dem Gehalt zahlen. Das ist die andere Frage, weil er geliehen ist. Aber wenn wir es ihm zahlen, dann zahlen wir es ihm nicht. Wie gesagt, finde ich. So, Borini. Da ist Konto. Und was für eine Parade vom gegnerischen Torhüter. Wahnsinn, was Torhüter eigentlich können, wenn sie... Wenn sie es können. Also schlagt auch vor, dass wir es Stankovic auswechseln. Finde ich lustig. So, wie schaut es mit der Müdigkeit aus? Borini ist müde. Asgilden ist müde. Da bringen wir den Vierda. Das ist echt krass. Das Momentum sieht nämlich auch vollkommen ausgeglichen aus. Aber die machen aus Mini-Chancen so viele Tore. Schön, weil wenn Konto noch irgendwie zum Anschlusstreffer trifft oder so. Dann hätte man zumindest was Positives. Was hat denn der schon wieder für einen Reflex? Das ist halt... Wir haben irgendwie gefühlt... Weiß nicht. Irgendeinen Feldspieler aus der C-Jugend im Tor. Und die Gegner haben halt einfach mal... Weiß nicht. Courtois drin oder so. Mir ist kein anderer italienischer Torhüter eingefallen. Grüße nach Belgien. Wovon im Tor in der Prime so ungefähr? 0 zu 4. Ihr seid wirklich solche Spackus? Es ist wirklich enttäuschend, dass wir verloren haben. Damit sind wir auf Platz 10 abgerutscht. Petrola, Muskelbündel, Riss, 3 Monate. Ja, Philipp hat noch nicht genug Pech. Da drehen wir noch ein bisschen auf. Danke, lieber FM. I hate you. So, Terminplan. Stankovic, Lajomina, Esposito. Schauen wir mal, ob man da jetzt dann... Dem zahlen wir sogar tatsächlich das Gehalt im Moment. Das heißt... Aber ich kann ihn unscheinend nicht bestrafen. Leistung im letzten Spiel kritisieren. Torwartleistung war nicht gut genug. Lagomina... kritisieren. Leistung im letzten Spiel. Und wen haben wir noch gesagt? Esposito. So schlecht war ich gar nicht. Was ist denn mit dir los? Was hast denn du auf den Augen? 6,1. Was ist denn das für ein Spacko? Entschuldigung. Das gibt es ja nicht. Ich bin schockiert. Okay, gut. Torwart Trainer. Haken wir das Thema jetzt ab. Flavio Roma wäre natürlich interessant. Gregory Coupé finde ich auch ganz cool. Er hat hier auch super Werte. Coupé wäre schon nicht wirklich der interessanteste. Der war seine ganze Karriere über in Frankreich. Nee, gar nicht Spanien nochmal. Gregory Coupé. Das wäre natürlich eine richtig starke Verstärkung. So. Part ist zu Ende. Leute, es nervt. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es aufs 4-3-3 wechsle. Ich weiß noch nicht, ob wir offensiv da, um ehrlich zu sein, dann genug Power zusammen bekommen. Oder wir machen wirklich den Tannenbaum. Weil wir haben jetzt sechs Tore in zwei Spielen kassiert. Und vor allem immer ähnlich hier im Rückraum. Dass wir hier das Zentrum ein bisschen dichter machen. Pedro Le ist sowieso verletzt. Damit fällt unser stärkster Flügelspieler aus. Das heißt, im Endeffekt müssen wir uns jetzt sowieso irgendeine andere Variante überlegen. Und wir haben ja so viele zentrale Mittelfeldspieler hier, dass wir da jetzt vielleicht einfach mal schauen werden. Das heißt, ich bringe den Ricci hier nach hinten. Genau so. Nicht Ricci hier nach hinten, habe ich gesagt. Genau. Zurückgezogener Spielmacher auf Verteidigen. Benedetti. Einfach mal zentral auf Support. Asgilton zentral auf Support. Und dass wir das vielleicht so irgendwie in der Richtung machen. Also da werden wir dann hier vorne natürlich eine andere Rolle brauchen, würde ich mal sagen. Pressender Stürmer wäre eigentlich eh nicht schlecht. Und dann werden wir den Espositor auch noch hier hinpacken. So in der Richtung vielleicht. Schauen wir einfach mal. Und für diese Taktiken müssen wir halt die beiden Flügel auch auf Support stellen. So. Dann würde ich sagen, drehen wir das Tempo ein bisschen zurück, weil vielleicht verlieren wir sonst einfach zu viele Bälle. Das passt mir. Er soll auf jeden Fall kurz abspielen. Auf wen ist mir jetzt mal grundsätzlich egal. Und ich glaube, wir werden sogar mit einem Sechser spielen, um das Ganze ein bisschen kompakter noch zu machen hier. Dann sieht man in der Analyse, dass wir hier deutlich stärker sind. Und so werden wir attackieren. Ein bisschen später. Dadurch ist die Intensität nicht ganz so hoch. Ja. Und die Pressing fallen im Zentrum. Müssen wir schauen, dass wir es hier irgendwie, dass wir es hier dazu einladen und dann attackieren. Ja, Leute. Ich werde es jetzt lassen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin wieder mal super frustriert. Aber es scheint an der Taktik auf jeden Fall was nicht zu passen, wenn wir die Tore so bekommen. Auch wenn da jetzt viel Pech dabei war. Können wir da nicht alles ausreden. Wieder mal. Irgendwie sage ich immer das Gleiche. Es ist so frustrierend. Na gut, Leute. Nächstes Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Parma. Was kann da schon schief gehen? Bis bald. Danke. Ciao. Ciao.